Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video schauen wir uns an, wie du Ungleichungen lösen kannst. Stell dir vor, deine Lehrerin gibt dir diese Aufgabe hier. 7 minus 5x soll größer oder gleich minus 2 minus 2x sein. Und die Aufgabe ist, jetzt alle reellen Zahlen herauszufinden, die du hier für das x einsetzen kannst, sodass diese Ungleichung erfüllt ist, also dass die linke Seite größer oder gleich der rechten Seite ist. Das geht zum Glück ziemlich einfach, genauso wie auch bei Gleichungen, indem du erst einmal die x auf einer Seite sammelst, also beispielsweise diese minus 5x auf die rechte Seite rüber ziehst, um es dann mit der minus 2x zusammenzufassen, oder indem du diese minus 2x auf die linke Seite rüber ziehst, um sie dann mit der minus 5x zusammenzufassen. Beide Wege funktionieren. Wir schauen uns das auch mal auf beiden Wegen an, um dir eine kleine Option für die Schreibweise nochmal offen zu halten. Ich möchte gerne hiermit anfangen und erst einmal die minus 2x auf die linke Seite ziehen, indem wir einfach das Gegenteil von minus 2x rechnen, das ist plus 2x. Wenn wir plus 2x rechnen auf beiden Seiten, dann fällt auf der rechten Seite das minus 2x weg, das war ja gerade unser Ziel, und auf der rechten Seite, da kommt noch auf diese minus 5x eine 2x obendrauf. Minus 5 plus 2 ist minus 3x. Und alles andere bleibt, wie es ist. So, wenn wir jetzt das x auf der linken Seite sammeln wollen, dann wollen wir alles andere wegbekommen, so wie die mal minus 3 und diese plus 7 hier. Wir beginnen immer mit der schwächsten Rechenoperation bei dem Eliminieren. Und da wir wissen, Punkt vor Strichrechnung wird erst mal minus 3 gerechnet und am Ende plus 7. Das heißt, wir machen zuerst einmal das Gegenteil von plus 7. Wir bringen erst einmal die Strichrechnung. Die eliminieren wir und ziehen es auf die andere Seite. So, Gegenteil von plus 7 ist minus 7. Das rechnen wir auf beiden Seiten. Überbleibt auf der linken Seite minus 3x und auf der rechten Seite minus 2 minus 7, also minus 9. Und jetzt Achtung, jetzt wird es gefährlich. Jetzt haben wir nämlich noch diesen Vorfaktor minus 3, der uns stört. Wenn wir den wegbekommen wollen, wie auch bei Gleichungen, dann teilen wir durch diesen Vorfaktor. Wenn wir durch minus 3 teilen, Achtung, dann wird dieses Relationszeichen umgedreht. Immer wenn wir durch negative Zahlen teilen oder mit negativen Zahlen multiplizieren, dann dreht sich das Relationszeichen um. So wie wir es uns auch in dem Einführungsvideo angeschaut haben zu diesen Ungleichungen. Wenn beispielsweise 2 größer ist als 1 und wir jetzt rechnen geteilt durch minus 1 beispielsweise, dann wäre es falsch, hier ein größer hinzuschreiben, weil die minus 2 ja kleiner ist plötzlich als minus 1. Das heißt, durch eine negative Zahl zu teilen, bedeutet das Zeichen umzudrehen. Auch hier, wenn wir durch minus 3 teilen, dann rechnen wir erstmal wie gewohnt. Auf der linken Seite fällt die minus 3 weg als Vorfaktor. Auf der rechten Seite minus 9 durch minus 3 ist eine plus 3. Aber das Relationszeichen, genau wie hier, muss umgedreht werden. Ob da jetzt ein kleiner oder ein größer oder größer gleich steht. Das Gleichheitszeichen an sich hat darauf keinen Einfluss. Aber die Spitze zeigt dann plötzlich zur anderen Seite hin, weil dann die andere Seite die kleinere Seite ist. Also mit anderen Worten erfüllen alle reellen Zahlen, die kleiner oder gleich 3 sind, diese Ungleichung hier oben. Also auch die 3 selber kannst du gerne mal einsetzen. Wenn du die 3 einsetzt, dann müssten beide Seiten gleich sein. Aber auch die 2 und auch die 0 und auch die minus 8 von mir aus. Aber auch solche Zahlen wie 2,5 oder sowas. Also alles, was wirklich kleiner oder gleich 3 ist. Eine andere Schreibweise für die Lösung wäre aber auch folgende. Du kannst es auch als Intervall angeben. Die Lösungsmenge ist ein Intervall von allen Zahlen, die kleiner oder gleich 3 sind. Das bedeutet sogar bis zur Minus- und Endlichkeit hin. Jede noch so kleine Zahl, jede noch so große negative Zahl könnte man vielleicht auch sagen. Minus eine Milliarde von mir aus erfüllt auch diese Ungleichung. Also im Intervall von Minus und Endlich bis zur 3 hin. Allerdings inklusive der 3, deswegen mache ich hier keine runde Klammer, sondern eine eckige Klammer. Aufgrund von diesem Ist-Gleichzeichen steht hier eine eckige. Ohne das Ist-Gleichzeichen würde ich auch hier eine runde Klammer hinschreiben. Bei der Unendlichkeit macht man immer eine runde Klammer, weil die Unendlichkeit ist so krass, die kann man in keinem Intervall einschließen. Ein alternativer Weg, um das Ganze zu lösen, wäre gewesen, dass wir einfach die 5x auf die andere Seite ziehen. Das möchte ich dir auch noch kurz zeigen, weil da eine interessante Schreibweise hinter steckt, die du auch drauf haben solltest. Wenn du diese 5x auf die andere Seite rüber addierst, indem du rechnest, plus 5x, das Gegenteil von minus 5x, dann bleibt auf der linken Seite nur noch die 7 über und auf der rechten Seite, da kannst du minus 2x plus 5x direkt zu einer 3x zusammenfassen. Da du jetzt natürlich das x allein auf der Seite stehen haben möchtest, musst du noch die mal 3 und die minus 2 wegbekommen. Genau wie eben fangen wir mit der Strichrechnung an. Also rechnen wir das Gegenteil, plus 2. Da haben wir links eine 9 über und rechts eine 3x. Und dann sieht das Ganze genauso aus wie dort drüben, nur eben mit anderen Vorzeichen. Wenn wir jetzt durch 3 teilen, also durch diesen Vorfaktor, dann wird das Relationszeichen sich nicht verändern. Denn wir haben ja nicht durch eine negative Zahl geteilt wie dort drüben. Hier haben wir tatsächlich 9 durch 3 ist 3, das Relationszeichen bleibt wie es ist und das x hier stehen. Jetzt denkst du vielleicht, dass das was hier steht und das was wir hier ausbekommen haben, dass das vielleicht unterschiedliche Sachen sind. Aber nein, das sind genau die gleichen, nur die Seiten vertauscht wurden. Und darauf wollte ich gerade hinaus mit diesem alternativen Weg. Du darfst gerne jederzeit, wenn du das x lieber links stehen haben möchtest, so wie ich das auch gerne mag, so wie es dort steht, dann vertausch einfach die beiden. Aber Achtung, wenn du jetzt x und 3 vertauscht, dann musst du wieder dieses Relationszeichen umdrehen. Einfach aus der Logik heraus, dass die Spitze von diesem Relationszeichen auf die kleinere Seite zeigt. Siehst du das? Das x ist auf der kleineren Seite und die 3 ist auf der größeren Seite. Wenn du die beiden jetzt vertauscht, dann ist das x ja weiterhin kleiner. Das heißt, auch hier muss die Spitze zur kleineren Seite hinzeigen und die Öffnung zur größeren Seite. Also wenn du die Seiten vertauscht, dreht sich das Zeichen um. Darauf wollte ich hinaus. Bitte mach dir das nochmal klar. Auch das, wenn du durch negative Zahlen teilst, wie wir das hier drüben gemacht haben, dann dreht sich das Relationszeichen ebenfalls um. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir! Danke!